Schönlichen Guten Abend wünschen wir euch und willkommen hier, auf dem neuen Kanal Auf YouTube ein.... Ahja! Stimmt! Und da schon viele alle Gäste Wie heißt denn der Kanal? Minecraft Vikings heißt der Kanal Komm! Schneller! Du Neser, Du Neser, komm! Du bist im Weg, man! Hau rein jetzt! Du hast ein Zube... Wir sind erst beim Eisen. Los weiter gehts. Ja was ist das für ne scheiß Map alter. Kauft euch schon mal Blöcke. Äh Sachen. Okay. Okay Timer. Ich mach Schwerter für dich mit. Ja und ein Haar nicht bitte. Ich hab drei Schwerter. Nee mehr hab ich nicht. Komm her. Ich hab drei Schwerter für dich auch eins. Okay ich mach für dich Rüstung. Mach für alle Rüstung okay. Ja. Ich will später nochmal Eisen. Minecraft. Ich hab mich umgebro... also umbringen lassen. Habt ihr Eisen noch? Für mich? Ich hab ein Schwerter für dich erstmal. Okay. Hau rein. Jetzt mach ich noch Haar nicht für... ja hinter dir. Jetzt mach ich noch Haar nicht für jeden. Ja. Hier Haar nicht. Hier noch ein Haar nicht. Ich halt dich hier hin. Als ob. Als ob. Von wo? Nein. Nein. Bäh. Ist einer tot von euch? Nee. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Hier ist noch der andere Haar nicht. Hä? Wer hat da grad Hits bekommen? Äh Timer ist irgendwo runtergefallen glaube ich. Nee. Ich leb noch. Also sieht's mir so aus. Vielleicht. Ja. Ja ich lebe da. Ja du stehst hier rum ja. Aber... Aber... Hey was war denn grad Helmut? Verkommen war ich grad zu unten. Wer hat denn... Hat jemand schon Rüstung gemacht? Ja ich hab. Als ob. Was passiert hier? Ich mach mal kurz Rüstung für alle ok? Nee. Ich hab schon. Aber ich hab schon Rüstung übrigens. Lederrüstung. Ja ja. Ok. Ok. Ja was machen wir jetzt ne? Was machen wir jetzt? Ja ich würd sagen unsere einzige Chance ist ne Mitte. Und ich würd sagen wir holen uns noch ne Spitzhacke. Und was zu essen? Bring mir eine mit. Hol auch eine für mich. Ah ist zu spät. Du Loser. Ich kann eine nehmen. Ok jetzt hab ich genug. Team Blau wurde vernichtet. Das waren die die Gunze glaube ich. Ganz ehrlich wir müssen uns jetzt bessere Sachen machen. Wovon denn? Ja wir müssen aber erstmal Gold haben. Finde ich. Haben die schon... Haben die schon einen Bogen? Ich weiß es nicht. Herr Gelb liegt noch komplett. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt einfach in die Mitte. Herr Gelb ist jetzt Favorit. Alter Gelb hat... Ah der eine Gelb hat schon mal ein Eisenschwert. Oh der eine. Pass auf. Zurück. Zurück. Nein. Doch der schreckt uns runter nachher. Ist einer runtergefallen? Ne. Ok. Dann in die Mitte jetzt. Ganz ehrlich wir müssen vor. Ok. Boah. Einer geht runter der andere bleibt oben. Na das ist da mal auch untergeschwungen. Drei Gold. Drei Gold. Hast du wieviel Gold? Vier Gold ok. Soll ich geh mal kurz zu Blau. Ich geh mir Eisen holen ok. Ist blau tot? Ja. Dann kann ich da schon mal einen Bogen kaufen. Mal Blau auch. Ich hab auch viele 4 Gold. Warum? Geh doch zu. Ja. Ist egal. Timon pass auf. Timon du wirst abgeschossen. Bleib. Bleib irgendwo hinter. Scheiße gelb kommt. Ok. Ich kann dir halt nicht helfen weil ich muss über den Steak. Fuck grün. Lauf lauf lauf. Lauf lauf. Schade. Hey das war doch... Ich dachte der hätte nur ne Schwitzhacke gehabt. Oder hab ich das falsch gesehen? Hast du ein gutes Kettenhemd? Ja. Ich hab ein gutes. Scheiße. Und du? Ich mach auch ein gutes. Alles das beste. Ich mach auch ein gutes. Du hast jetzt noch Gold. Dann lass jetzt einfach aggressiv drauf ok? Du hast keinen Bogen. Du hast keinen Bogen. Nein. Dann lass dann war jetzt aggressiv drauf natürlich. Ja. Wir haben aber keine Wahl eigentlich. Ja. Wir müssen ja jetzt Timer Rechnung nehmen. Ich warte aber da sind Schwellen. Er wartet doch... Ok. Hey? Ich dachte der hätte einen Eisenschwellen. Hat er ja auch. Du spielst nicht mit Studenten. Nee. Aber für die beide sind Pro. Nein. Aber ist der hier... Die Minecraft Vikings sind Pros. Ja. Musst du wissen. Pass auf da kommt der... Wir sind eine Gemeinschaft aus. Pros. Na dann kann ich runter. Und ein Bruder ist noch da. Ah. Ich hab ihn runtergeschossen. Ja wir müssen jetzt Gelbzerstörner eigentlich. Ich will erst mal was kommentieren. Ich hab mich fast runtergeschlagen. Das geht ab. Okay. Der geht zum Blau gebar. Der Gelbe. Ist mir egal. Du denkst der kriegt da irgendwas noch. Komm wir gehen wieder hoch. Die Grüne baut sich da so eine Schutzwand. Komm wir bauen uns zu Gelb rüber. Okay. Die müssen wir jetzt vernichten. Komm einer mit einer Spitzhacke. Ja komm. Okay hab ich überlebt. Fuck. Ist auch runtergefallen. Er ist unten. Da kommt noch ein Gelber. Dann lass die bleiben. Lass die bleiben. Lass die bleiben. Bestecken. Komm. Komm her. Komm her zu mir. Wir müssen zusammenbleiben. Er ist runtergefallen. Der Gelbe ist runtergefallen. Okay. Dann wieder hoch. Da kommt einer. Ja sind alle runtergefallen. Alle Gelben. Wie du immer Wege nach oben baust. Hier ist der Treppe. Kommt ein Gelber mit einem Knopfwegstick. Oh mit einem Knopfwegstick. Scheiße. Dann aufpassen. Warte ich brauche mich hier. Dann am besten runter. Wir kommen hier hin. Komm hier hin. Okay. Komm ich runterfallen. Wir müssen bald dann mal einen Bogen für dich auch noch kaufen. Nein. Schon. Aber ich hätte eher Lust erstmal Gelb zu vernichten. Hast du nicht Spitzhacke? Ich hab schon eine. Ist egal. Die Gelbe. Hast du jetzt noch eine? Ja. Okay. Zwei Gelbe sind jetzt da. Beide mit Knopfweg6. Ja. Ist egal. Die können uns gar nichts. Einer rennt zu euch. Ich kann nicht. Aber einen Bogen hab ich nicht vergessen. Okay. Einer kommt. Ist runtergefallen. Der andere kommt auch. Alter. Loll. Ich bin fast runtergesprungen. Ja. Nimm alle Gold. Alles Gold. Ja okay. Wir müssen jetzt mal einen Bogen holen für mich. Und vielleicht noch ein Eisenschwert für einen von uns beiden. Okay. Wohin gehen Ben? Wir können zu Blau. Aber da ist keiner. Ja. Blau. Pass auf dass keiner von hinten kommt. Ja. Und dann verfolgt uns kein. So ein grüner. Ich weiß nicht ob der in die Mitte geht. Hast du den besten Brustpanzer für die Ball? Ja ja. Gut. So wie viel Gold haben wir? Gelb übernimmt die Bitte. Neun Stück hab ich. Wie gehst du? Oh dann können wir uns zwei Eisenschwerder holen. Gelb übernimmt die Mitte. Hier. Ich hab noch genug. Und du hast schon einen Bogen? Ja. Ne. Doch? Doch ich hab schon einen Bogen. Ach lol. Okay. Gelb hat jetzt die Mitte. Das ist einer der komplett nicht gekippt ist. Okay. Hier. Ne. Goldschwert Level 1. Alter lol. Dann können wir ja richtig abgehen jetzt. Ja dann los. Dann gehen wir mal rasieren. Zwei Gelbe sind in der Mitte. Ein grüner wartet jetzt. Er schießt dann ihr Bogen. Ja wir haben Bogen. Ja. Wir müssen nur aufpassen dass wir nicht runtergeschossen werden. Ja ich glaub der eine Gelbe ist zurückgerannt in seine Base. Ja wir müssen jetzt Geld vernichten. Die haben nämlich jetzt Gold. Und die haben ein fucking Bett. Okay da kommt einer der hat Goldschwertenohren. Ich glaub Stufe 2. Ja das kann man auch gar nicht kennen. Ja ja kein Problem. Ja ich glaube die rennt weg. Und die sind nicht gekippt. Also nicht groß gekippt. Pass auf der hat Stick. Oder ne. Ne der hat ein Goldschwert. Okay. Und der nächste kommt. Okay Bogen. Kommt einer mit Bogen. Dann schieß ihn ab. Ja. Ja ist runter. Sturm. Ne warte lass den noch kurz. Ja okay. Geht auf. Die kütten sich jetzt erstmal. Ist egal. Kannst dir jetzt alle Toten auch. Okay vernichten. Ich baue mich hoch. Okay bau dich hoch. Ja du kannst in den Turm da reingehen. Fuck. Ich glaube oben steht sogar einer. Ich weiß es nicht. Ne. Der baut gerade was. Ja. Da kommt einer. In der Boden. Nein er ist unten. Er ist unten. Hier rüber. Untergehauen. Bau ab. Okay. Ich baue das Bett ab. Ja bau ab. Scheiße. Habe Ben. Mein Arzt. Du hast jetzt einen Hater dir auf den Ballon. Alter das war knapp. Danke für die Warnung. So. Boah. Ein Gelber lebt noch. Okay. Wir haben so gut wie gewonnen eigentlich. Äh ich guck wo der ist. Der geht grad zu Grün rüber. Bei Grün ist einer der ist ein Quip. Der hat aber kein. Hat der keinen Bogen? Goldschwert. Ne der hat keinen Bogen. Alter Leute dann können wir ja direkt durchleihen. Der hat ja noch nicht mal den Eisenschwert wahrscheinlich. Vielleicht hat der ja auch einen Bogen. Da müssen wir erstmal. Ne der hat ja noch nicht mal den Gelben runter geschossen. Der hat keinen Bogen. Okay. Okay. Der Gelb ist tot. Ich weiß nicht wer das ist. Okay. Dann machen wir den jetzt zusammen fertig. Okay der sieht euch das so geht. Der ist alleine übrigens noch. Oh der arme Kerl. Und vor allem das. Ah ja der hat ja sein Bett verloren. Einfach draufhauen. Oh der hat Feuerzeug benutzt. Interessant. Ja GG. Ja gewonnen. Schönes Spiel. Wirklich schönes Spiel. Neun Minuten reicht das? Ja. So eine Folge dahinter würde ich sagen. Wir können ja noch ein bisschen labern. Also. Also nur kurz zur Information. Wir haben uns jetzt endlich entschieden für Namen. Auf einem Kanal. Auf einem Kanal. Der schon etwas älter ist. Der früher von Timor erstellt wurde. Der hieß früher Abenteuer Minecraft. Jetzt heißt er. Minecrafter Vikings. Äh Minecraft Vikings sorry. Und wundert euch nicht. Er hat schon 400 Abonnenten. Und ähm. Von der damaligen Zeit. Von der damaligen Zeit. Auch andere. Schon andere Videos hochgeladen. Also zum Beispiel Bucket. Äh. Genau. So Tutorials. Also. Das ist eine ganz interessante Sache. Könnt ihr euch ja schon mal durch die alten Videos auch schon mal klicken. Die haben schon ein paar tausend Klicks. Ähm. Könnt ihr einfach mal gucken. Vielleicht gefällt euch da auch was. Und. Aber die neuen Videos wird einfach das Highlight Jungs. Wird einfach das Highlight. Einmal das ist. Junge. So professionell. So gut. So lustig. Da habt ihr einfach keinen Kanal. Gibt's keinen Kanal. Besseren Kanal gibt's einfach nicht. Also. Das hat nichts. Nein. Also wirklich. Das hat nichts mit Eigenlob zu tun. Das hat einfach was mit. Ähm. Klarer Sicht zu tun. Mit. Sehe ich genauso. Intelligenz das zu erkennen. Pfff. Okay. Also Abo-Button. Vergewaltigung. Ja. Also abonnieren. Liken. Also da. Also. Wir sind euch da nicht böse. Wir sind euch nicht böse wenn ihr abonniert. Wir sind da euch nicht böse wenn ihr liked. Das ist einfach kein Problem. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar. Ähm. Da lassen. Warum ihr diesen Kanal so geil findet. Da freuen wir uns auch über. Oder wir den Kanal. Ja. Das ist auch immer. Oh man. Riecht ekel auf gerade. Riecht ekel auf gerade. Riecht ekel. Ja gut. Ähm. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.